Das ist eine schwierige Frage. Das erste Mal, dass ich ins Theater ging, war, denn ich hatte nur fünf Jahre. Und ich wollte eigentlich das machen, aber ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe meine Ausbildung als Bundesbildner gemacht. Ja, einen Tag war ich im Theater, und ich sagte, ich will alles machen. Und als Versicherer kann ich. Ja, ich arbeite sehr oft in Innsbruck. Ich habe vier Produktionen dort gemacht, auch mit Fassbändern in der Zeit. Und ich komme auch in die nächste Spielzeit, kurz nach diesen Touren dort. Ich habe eine neue Insignierung im Tiroler Landestheater. Ja. 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 Ja.